Oh nein, mein Hut! Er hatte einen Hut! Gut, dann wollen wir mal hoffen. Ja, das Level kenne ich auch noch nicht, also jetzt ein komplett Blind-Teil. Alles gehüllt. Scheiße! Ich bin tot. Geil. Ja, Hammer! Irgendwie reingeglitscht, auch nicht schlecht. Jo, hat geklappt. Schaltschalter hast du umgelegt? Achso, ne, hab ich nicht. Okay. Das hat zeitlich nicht hingehauen. Oh, was passiert jetzt? Ähm... Okay. Alter! Was ist das? Voll laut. Echt? Ja. Bei mir war das nicht laut. Hast du das jetzt gesehen? Ne, was passiert? Hast du das nicht gesehen, was gerade passiert ist? Ne. Okay. Ah, das ist eine dumme Idee. Das ist eine richtig dumme Idee. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Geil, ich werde zu dir gepottet und sterbe. Super Spiel. Toll, danke. Nein, ich bin auch tot. Ich geh nicht in Moonis, glaub mir mal. Tschüss. Damit nicht. Richtig edel, dann dreht sich da noch diese Bora. Hammer. Goddamit. Jetzt geht er in Moonis. Scheiße, was soll ich tun? Ich geh nicht im Maunes, Mann. Ja, das war schlau. Das auch. Ach, herrje. Nein, jetzt dreht sich das auch noch in die falsche Richtung. Danke, das wollte ich. Nicht so schnell, Mann. Nicht so schnell. Jetzt gehst du gleich auf, Mann. Ich geh nicht im Maunes, Mann. Was? Ich geh nicht tot. Ich sterbe nicht. Wieso kann ich die nicht zerstören? Okay, ich kann die Kiste nicht zerstören. Mann, nein. Andere Richtung. Heftig. Jetzt stirbst du gleich. Jetzt ist er gleich tot. Ich sterbe hier nicht. Okay, anhalten, 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 anhalten. Yes. Ja klar, jump einfach. Jump einfach. Wird schon gut gehen. Natürlich. Das geht immer gut. Du hast ja Glück gehabt. Wie du noch abhebst. Der fette Neid. Weißt du, und die gewiebte Dieben, die bleibt natürlich stehen, so. Tot. Ich wollte nur gerade einfach sagen, dass du hier schon wieder reinkackst. Ja, aber du bist doch tot. Sondergleichen. Jetzt haben wir ihn. Und jetzt kommen wir trotzdem nicht weiter. Alter, Mann. Junge. Da moves. Ah, bleibspin. Ah, nein. Nein. Oh. Okay, es gibt aber keine Möglichkeit, das da unten zu öffnen, ne? Ne. Schade. Kacke. Ja. 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 Alter, versuch mal es wert. Hätte ich es andersrum gemacht, hätte ich es geschafft. Oh Gott. Oh Mann. Checkpoints werden auch überbewertet. Okay, ich habe es geschafft. So. Was geht denn hier ab? Oh nein. Wird tot. Oh, er ist noch da, er ist noch da. Er lässt sich einfach fallen. Oh, da war ja ein Checky, ne? Ja, Gott sei Dank. Das ist ja schon wieder smart. Und voller Skilals. Ganz toll. Ganz fein. So muss das nicht sein. Alles schick und fein. Geile Schlummy Schlumpf. Und tot. Oh, schon wieder Game Over. Jo, Double. Herrje. Ich bin echt gespannt, wo dein Context ist. Wollen wir wieder tippen? Ja, 167. Mit dem jetzt. Ich sag 223. Never. Bin niemals über 200. Jetzt nicht. Dann tippe ich jetzt noch auf mich. Ich sag bei mir 78. Toll. Geh doch weiter. Ach so, das geht nicht. Ah. Ach so. Das ist doch ganz einfach. Checky, checky. Yes. Alter, was ist das da schon wieder im Hintergrund, Mann? Dein Amboss. Ah! Oh! Wir müssen also irgendwas schmieden. Ein Schlüsselloch. Ich hab ein Schlüsselloch getroffen. Was? Hier, guck mal. Da liegt Metall. Ein Schlüssel wird da jetzt geschmiedet. Brauchen wir vielleicht noch mehr. Was kann das hier? Ach, da müssen wir doch das Feuer durchleiten. Natürlich. Du kannst sie ranziehen? Magnetic Potches. Oh, nö. Dann sag mir nicht, ich kann jetzt hier unten eine Brücke einfach magnetisch hinlegen. Oh. Manchmal ist es doch so einfach. Aber die zischt wieder ab. Warum? Wegen dem Pfeil. Okay. Okay, und jetzt. Zack. Magnetic. Ja, aber das kann ich ja bei der hier nicht. Dann halte ich die so runter. Jetzt kommt da Feuer raus. Und was bringt uns das? Ach, warte. Ich hab ne Idee. Hm? Ach, das Ding. Schlüssel, genau. Ah. Und dann da reinziehen. Jo. Ja, warte. Dann zieh ich das Ding runter. Und unter das Ding legst du was. Dann machst du Magnetic. Geht. Und jetzt rüber damit. Oh, ja. Alter, geil. Das ist doch Hammer. Super. Jetzt rein damit. Junge. Geil. Oh, lala. Junge, wie geil würde es in 3D aussehen, man. Also, nein, es ist ja 3D, aber wie geil wäre es, wenn wir das raus zu steuern könnten. Ja. So, wie wie Skyrim, man. Skyrim mit der Grafik. Also halt, aber auch mit der Welt so. Keine Kopfbücher? Aha. Ist das du genug? Das Wissen ist der Zwerge. Wie sie einfach bitchmäßig einfach vorne vorläuft, weißt du? Achso, ja, das war es. Ja, okay. Ja, hat Spaß gemacht, ne? Dir nicht, okay. Doch, doch, aber das war ein klattes Level gerade. Also, das Level war episch, aber das Ende, das war ja, wir hätten das andere Ende nehmen sollen. Gut, aber das ist nun mal halt ein Level, was komplett ohne Story auftrumpft. Was sollen sie dann großartig machen, ne? Ja. Gut. War aber ein schönes Spiel. Mir hat das Level gefallen. Ich fand das Rätsel am Ende cool mit dem Schlüssel, auch wenn wir ewig gebraucht haben, um drauf zu kommen. Obwohl es eigentlich mega easy war. Ja. Ähm, aber die Idee, einfach so einen Schlüssel zu schmieden, ist schon irgendwie gut. Ja, hatte was. Auch mit dem Bohrer und so, das hat mir gefallen. Ähm, ja, Trine. Ich soll aber auch sagen, hat Spaß gemacht. Irgendwann kommt dann Trine Enchanted. Ja, jetzt mal jetzt. Bitte? Ja, einmal irgendwie zur Ablenkung mal ein anderes, weil sonst fliegt durch. Ja, klar. Ne, irgendwann sag ich ja. Das kommt dann noch, äh, das war jetzt Trine 2. Mir hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss.